Und ich knall sie einfach voll in die Fresse, hab ich die weggeklatscht, die alte kleine Bitch. Hallo, 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 weiter hier geht's mit Bloodmoon, willkommen dazu Leute, ich hab so, 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 so viele Leute, die mich angeschrieben haben und ich muss sagen, danke, 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 danke für die Leute, die Interesse haben und scheinbar gibt es Interesse an diesem Spiel. Vielleicht wird's hier bald eine tägliche, ähm, sag ich mal, konstante Aufnahme, beziehungsweise, äh, sch, äh, pff, schwarz im Mund. Äh, tägliche Aufnahmen geben, wenn Interesse daran besteht, auf jeden Fall. Das Spiel ist so cool, aber ich hab zur Zeit null Zeit für dieses Spiel, Leute, es ist einfach richtig cool gemacht und so weiter. Das bedeutet hier, wie man sieht, die rote Pass, wir haben noch nichts hier freigestaltet ab Level 1. Ich werde den Biver hier entweiten, ich werde gleich mich nochmal mit dem Kurt schließen im TS. Und Biver wird dann anfangen zu entweiten, beziehungsweise, wir werden das zusammen machen. Ich könnt natürlich mir weiter fleißig Nachrichten schreiben, ich hab so viele Nachrichten bekommen. Vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Leute, die Interesse haben bei Bloodmoon. Und ich werde euch auf jeden Fall alle entweiten, das wird eine richtig geile, richtig, richtig, richtig coole, blutige Sache hier, Leute. Glaubt mir, wir werden von den ganzen Leuten das Blut aussaugen und werden sie einfach vernichten. Ich mach mal eine Aufgabe in der Zeit. Welchen nehmen wir denn hier? 12 Minuten, 450 Gold, 8 Minuten, äh, das ist ein bisschen wenig Erfahrung. Nehmen wir das lange hier, 12 Minuten annehmen, wunderbar. Yeah, das gemeinsame Zeichen. Wir sind ein Vampir. Kann man hier gar nicht überspringen. Ach, nur ein Happy Hour, hab ich ganz vergessen. Wir können auch immer auf die Jagd gehen und ein bisschen angreifen. Wie wär's, wenn wir die Nina angreifen? Du kannst dich kämpfen, während du unterwegs bist. Na toll, dann gehen wir halt erstmal hier, wo wollte ich hingehen? Zum Totengräber, ne, zum Unterschlupf, zur Weltkarte. Waffenlade, erstmal vorbeischauen, ob wir neuen Loot haben. Ja, genau, was du suchst. Ich weiß es doch. Neue Ware gibt's natürlich kostenlos, einmal pro Tag. Äh, 3 Blue kostet das hier. Was haben wir hier? 59, ja, das sollte etwas besser sein. Auf jeden Fall gekauft. Hallo, kaufen. Boom, gekauft, wunderbar, es kann verkauft werden. Hier haben wir Schuhe, wollen wir nicht haben, das kostet alles. Und die Panzerung, haben wir hier, Panzerung 27, 2% geschickt. Ja, die nehmen wir auch mit. Angezogen, wunderbar, damit wir als Vapier besser kämpfen können. Wir müssen kämpfen, denn Vapierer müssen kämpfen. Im Unterschlupf hier, hab ich die Logik immer noch nicht verstanden. Manchmal ist sie eine Frau, manchmal nicht. Okay, in der Weltkarte können wir halt, wie gesagt, unsere Dungeons machen. Aber wir müssen, glaube ich, beziehungsweise, bevor wir da hinkönnen. Ich hab, was du brauchst. Sehr gut, dankeschön. Was haben wir hier für neue Sachen? Oh, Stärke 9. Die Frage ist, brauche ich Stärke? Ich glaube nicht. Ich bin ein Graf. Ich bin Graf Zahl, beziehungsweise Graf Dracula. Und da brauchen wir das leider nicht. Ich geh mal eben auf meinen Charakter und muss eben schauen, welche Tränke. Aber ich tränke gar keine mehr. Alles sind ausgelaufen. Sehr schön, Lars, du aktiver Mensch. Wir gönnen uns mal eben alle hier. Den gönne ich mir. Den gönne ich mir auch sogar einen großen, aber kostet natürlich was anderes. Von daher, alles mal nehmen. Kann ich das nicht hier nehmen? Charakter. Nimm den Scheiß. Nimm den Scheiß. Warum ist der jetzt nicht da? Ach, jetzt hab ich die Tränke genommen und sie werden hier unten nicht angezeigt, oder wie? Sehr interessant, liebes Spiel. Sehr interessant. Ja, schauen wir, muss ich gleich machen. Wir müssen halt erstmal hier das überwinden. Das dauert mir grad viel zu lange, Leute. Das mach ich einfach so. Ich will erstmal auf Jagd gehen und werde gleich hier ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Blut spielen. Wir werden etwas Blut spielen. Blut, Blut, Blut. Ganz viel Blut, Blut, Blut. Wir wollen so viel Blut. Ich werde auf die Jagd gehen und einfach mal die Nina angreifen. Nina, ich greife die erstmal an. Die lassen, wer wollte. Und ich knall sie einfach voll in die Fresse. Habe ich die weggeklatscht, die alte kleine Bitch. Sehr gut. Blut, nochmal zurück, nochmal auf die Jagd gehen und jetzt greifen wir den hier an. Leider, ach, wir können auch mal angreifen. Okay. Okay, okay, okay. Weiß ich Bescheid? Auf der Suche nach einer Aufgabe. Ja, nehmen wir an. Dauert jetzt nochmal zwölf Minuten. Scheißegal. Ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, dass ich noch lebe bei Blood Moon und auf jeden Fall weiterhin spielen werde. Bald, auf jeden Fall, wenn die Gilde voll ist und wir zusammen was machen können, wird es bestimmt episch und legendär. Ist es nur so eine ganz, ganz Minifolge, die einfach nur sagt, dass ich noch da bin. Von daher, wenn ihr Interesse habt bei Blood Moon, ich werde halt bald alle einladen. Und der Link in der Beschreibung, würde mich freuen, wenn ich darüber anmelde, gibt es einen Mini-Bonus für mich. Und nicht von wegen, ja, du machst das nur, weil du so kacke bist, beziehungsweise du willst doch nur Aufrufe. Nein, ich habe Interesse an diesem Spiel. Es sieht ganz lustig aus, aber die Zeit fehlt einfach. Wenn ich kein Shakespeare aufnehme, beziehungsweise das nicht schaffe und halt zeitlich gerade immer noch wegen Renovieren eine coole Ausrede, aber ist halt noch so, ist immer noch nicht fertig. Deswegen habe ich die Zeit gerade nicht dazu. Ich habe aktuell pro Tag 1, 2, 3, 4 Videos am Start und da zwischendrin noch was anderes zu produzieren. Ist krass, aber ich versuche mein Bestes zu geben und werde auf jeden Fall dann in nächster Zeit auf jeden Fall einige mehr Videos auch von Blood Moon bringen. Also lohnt es sich dort anzumelden, Link in der Beschreibung. Von daher macht es doch bitte. Es ist nicht umsonst. Und ihr werdet dann zusammen mit mir zocken können und es wird auch regelmäßig Videos geben. Vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht alle 2 Tage, sowas in der Art oder jede Woche 2, 3 Videos. Ich hoffe, die können damit leben. Wenn es in dieser Woche noch nicht so weit ist, dann auf jeden Fall nächste Woche, dann bin ich fertig, dann bin ich wieder in meinem Zimmer und dann läuft das auf jeden Fall. Also tut es mir leid, dass ich zur Zeit nicht so aktiv bin bei Blood Moon, aber ich werde es bald sein, weil das Spiel cool ist. Und ich will es weiter spielen. Ich bin so ein großer Vampir-Fan, jetzt nicht von Twilight, Alter, Better Than Twilight Story, so ein Scheiß nicht, sondern richtig Vampire, die alle Leute zerfetzen und töten und einfach alles aufessen. Ich bin echt ein Vampir-Freund und ich liebe Vampire. Finde ich geiler, wie wir dafür. Wenn ich ein Superheld, beziehungsweise wenn ich irgendwas sein möchte, wäre es, glaube ich, ein Vampir. Denn Vampire sind sowas von geil. Ich feiere sie so dermaßen, dann darf man halt nur nicht nach draußen gehen. Ich bin halt wie ein Zocker, ne? Ein Vampir, wisst ihr Bescheid? Die Sonne, die tötet mich. Von daher, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, lasst da. Ich bin der Lars, ich bedanke mich, haufen nicer Boys reingehauen und viel Spaß beim Bluttrinken bei Blood Moon. Tschüss. Nice.